Die Unternehmen der Chemie im Land sind im Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg und im Regionalen Verband der Chemischen Industrie mit seinen Fachverbänden organisiert. Alle zwei Jahre laden sie zur gemeinsamen Mitgliederversammlung nach Baden-Baden. Am 8. Mai 2012 berichteten die Vorsitzenden von Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband über das vergangene Jahr. Ihnen wurde einmütig Entlastung erteilt und der Vorstand des VCI auch neu gewählt. Seit 2006 steht Gerd Backes dem Landesverband vor. Auch in Zukunft ist ihm ein Kernthema besonders wichtig. Wir müssen für die nächsten Jahre die Energiefrage beantworten, sinnvoll und nachhaltig. Die chemische Industrie in Baden-Württemberg ist eine energieintensive Industrie und wir haben ein besonderes Augenmerk auf die Kosten zu richten für elektrische Energie, für Gas und für Erdöl. Wir sehen mit großer Sorge, dass die Landesregierung mit dem neuen Klimaschutzgesetz eine einseitige Belastung der Betriebe des Landes Baden-Württemberg vorhat, die wir so nicht verkraften können. Gastreder der diesjährigen Mitgliederversammlung waren der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio und der Publizist Wolfram Weimar. Sie sprachen vor den interessierten Unternehmern und Managern über Perspektiven zur Lösung der Euro-Schuldenkrise. Hauptthema für die im Arbeitgeberverband organisierten Unternehmen war die laufende Tarifrunde 2012. Markus Scheib, Vorsitzender des Verbandes, sprach über die Forderungen der Arbeitgeber. Nun, wir brauchen keine 6% Entgelterhöhung, sondern wir brauchen Realismus. Meine Hoffnung ist, dass wir die Chemierunde 2012 mit einem tragfähigen Kompromiss abschließen auf der Entgeltseite, dass wir aber auf jeden Fall aber auch den nächsten Schritt machen in Richtung Demografie. Auf großes Interesse stieß das Projekt yourjobchem.com. Die Jobplattform für Einsteigerstellen in der Chemie wurde mit einem Infostand vorgestellt. Sie startet in Kürze. 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 Vielen Dank.